Das hier sind die unnötigsten Dinge für deinen Nintendo Switch. Zuerst haben wir den Switch-Nackenhalter. Ich meine, wann willst du den verwenden? In der Öffentlichkeit sicher nicht. Und außerdem hast du viel zu viel Gewicht auf deinem Nacken. Dann gibt es das Switch-Akkupack. Eigentlich eine ganz gute Idee, aber oft zerkratzt so etwas deine Switch und wenn es sinnvoll wäre, dann hätte Nintendo längst so etwas selber rausgebracht. Und dann haben wir noch einen externen Kühler. Ja, die Konsole wird manchmal sehr warm, aber die Lüfter in der Konsole selber sind komplett ausreichend.